Schau'n du was, Alter, der Modus ist geil, der Fortnite, ne? Ey, bist du jetzt nicht Dingens? Boah, ich zock schon. Ich drück uns die Spritze, Micha, Alter. Ich hoffe, ich habe mich ja gerade zwei, wenn du nicht da warst. Ach so, ja, ich bin schon wieder live, ne? Na, da hat's nicht gewusst, dass einer da kommen wird. Aber, Digga, ich zock heute, also, wir können natürlich auch die Klemmen zocken, aber erst mal... Wie die Großen, Alter. Wie die Großen. Ja, Alter, hier sind die Bauteile, hier ist die Katze, hier sind weiße Mauteile, ich hab's nicht raus. Wie die Großen. Ich hab nicht gedacht, von wo der kommt. Wie die Großen. Ah, Digga, ich hätte den gerne noch gekillt, ja? Ja, die sind gerade weg. So, nee, das musst du alle ziehen links, Schatz, einfach mal auf den Platz. Wer fliegt das alle hier hin? Ich schalte von Mama, aber haben die auch bitte Zähneputzen. Äh, Lara, ist das alles von den Lego-Dingen? Oder sind das noch andere Lego-Teile? Ey, hier sind noch andere Lego-Teile, die Katze mit raus. Und die Katze lege ich auch dahin, okay? Ja, ist so, was die Großen, seine Fresse, Alter, die ganze Zeit. Chris, Junge, was geht? Lass mal ein Like da, Abo, dies, das, bester Mann. Chris, U, oder was? Ne, Chris, Chris, lange. Da hab ich dich gerettet, ne? Bislange? Da, da, der hätte dich gut. Kein Problem, Alter, ich bin der Retter des Rechts. Schipp, Schipp und Micha und René. Ja, Alter, du hast gesehen, richtig, richtig Salto gemacht. Boah, gar nicht übertrieben, ey. Oh, komm, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Boah, die Fresse. Mutter hinten am Snipen, Alter. Das ist doch das Einzige, was sie können. Wenn der Panzer einmal vorhört, dann rollt der. Warum hat der Chris eigentlich bei mir kein Abo dagelassen, ne? Richtiger 31er. Pfah. Nein, Chris, lange. Ich weiß, dass du hier im Chat bist. Was sagst du, Digga? Ich hab, äh... Ich stemme Mülltonnen, Alter. Ich bin der Tonnenstämmer, Alter. Ich trage richtig Gewichte. Nicht 50, 100 Kilo. Ich trage ne ganze Tonne. Ne ganze Tonne. Was ist das denn für ne bosnische Waffe, Alter? Ich mach' mal ein bisschen Eigenwerbung, Kivan. Da hat sie schickt dir den Link. Ich mach' das nur Hobby-mäßig. Außer ich knackt, büch' ich eine Million Abonnenten, dann, Bruder. Und jetzt riecht sich auf meinen Nacken, Alter. Ja, ich bin erst am, ach, warte, wir müssen ja ausgehen. Am sechsten wieder. Der Melvin geht, glaub' ich, am dritten Arbeiten. Mal ab und da, ja, so sind wir keine Brüder mehr. Sind wir nicht mehr die, die, die Trash-Buddies? Ich hab's mal mehr Abonnenten, ne? Ja, da ist doch mal mehr Abonnenten, Alter. Na, Melvin kriegt erst mal ein Dislike auf meinen Nacken. Komm' mal Party rein, Melvin. Boah, der hat sein Handy, ne? Ja, dann suche ich jetzt wieder. Oh, ja, chill mal. Nee, du chillst jetzt mal hier, Genosse. Ja, lach doch sehr leicht, Alter. ich bin mit dir die tage arbeiten nein ich bin erst am sechsten jahr hat die andere habe ich habe ich nur extra aufschreiben müssen was heißt wenn du bock hast ist das denn auch abgesichert da also segen und ganz oben und warum habe ich immer noch kein abo von dem bekommen mehr wenn komm mal rein jetzt ja wann denn also wann und wo ach dann tue ich jetzt mal wieder richtige Heimann Junge ich komm rein alles ja ey was ist los ey Chris komm mal wo was ist denn heute wir wären Freitag ja ich hab auch den Sprinter nicht ne Junge der Chris soll die Fresse halten ich hab den Link mal gerade hier reingeschickt hier hat der siehst du den Link wie wo ist der Link verdammt weg zu strecken oder was siehst du die von den Link bei den Städten 9 wenn er sagt jetzt wo die sich mit ihm verarschen wo sie es doch ist mein Name wir haben auch mein Name dann müssen drei Punkte scheinbar steht dazu auf dem Kanal was soll er machen wenn er in der Sprengung steht so eine Link-Sperre und Beleidigungssperre was laberst du da ja ist die Montag doch das ist die Montag soll ich Mutter arbeiten gehen Schatz der Chris hat mich gerade gefragt für 500.000 Euro ich mach das morgen heute Abend fertig machen aber es gibt sogar sowas und sowas ruhe ich nicht mehr dann kannst du das aber alleine aufbauen das sind bestimmt 500.000 Legosteine hmmm das sieht easy aus da jetzt erst mal gucken ob ich angehe oh jetzt hab ich 270 ich hab aber bei Werbung ne aber ich schon mal gibt's Gefühl so viel Junge willst du mich jetzt hier runter machen oder was warum rum ja Junge kommst du auf einmal her ich hab so und so viele Abos ich hab 200.000 ist kein Chat vier Leute im Live-Chat und im Livestream was geht da ab Leute vielen Dank für euer Support läuft schon auf jeden Fall mies ja vier Leute die es ständig zugucken ist schon korrekt ja ja es dauert ja wenn man die Logi sucht ja da können wir nix machen dann liest du mal richtig Qualität Chris richtig Qualität boah der nächste Chuck Güzel Alter als H3D-Brille auf Chuck Güzel Alter NOAH go jetzt geht das hier ab Pass mal auf jetzt wenn man ihn wieder aufm Arsch kriegt Prozent um sich nur ein ganz hellen Fahrzeugen der Smbach Smbach ist das das sind Backe die Unwürdigung gebacken die Backdabach sie hat gesichert ich bin schon da und wie so ist er so schnell da Fehler kurz drüben sollen die Konkurrenz Krieg nein und die Dreckigen und kommen da Aaaaaah Jaaa vielleicht kommt der Kris gleich Ich bin voll gefressen Alter Boah, ich guck doch nicht mehr Jetzt weißt du schon dass der Entschwelle der Entschwelle drin ist? Da sind jetzt die Kinder drin Oh, der kriegt's da wohl Heeey Boah, Digga Ich weiß nicht, dass ich mit allen da hinten leise anzusehen Mal gucken, was hier so abgibt, meine Friends Ja, Junge, klaut der mir den Kill, Junge, du Drecksauch Ich hab's jetzt gewettet, ich hab die nicht klaut Ich hab's mit den Spiel gut und er schreckt er ist nicht nur mit dem Spiel richtige Fotzen mal gucken 25 Prozent assistieren holen mein Gott als ich bin so wie im Action füllen wir als Sack gerutscht ja 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 nichts wenn man bei den Meisterschaften als weiteres gesagt haben in Deutschland 9 in den Köln heute der Schwestern und der Gäste vor allem an die Kuhn und zumal es so los ja ich war doch schon anliegen die konnte nicht treffen denn sie haben nicht so gut ich habe nur dreckig Geh kackt nicht. Wir haben keinen Ender, müssen wir so eine Mine aufstellen. Oh mein Gott, ich muss gut gehen. Ja gut, schmeckt drauf wie das noch. Aber das ist krass. Wirklar, das ist so toll wie der Pilz, ja? War aber lecker, man. Nein! Er holt mich! Egal, ich hab meinen Vito geschlampelt. Boah, schien! Boah, schade! Tja, das ist nicht so. Ja, das ist Molly so. Der Pool, die Fun-Pool raus! Hey, Digga, schon, die FMI nehmen. Nee, nee, ich Enckel. Vielleicht wäre noch ein Ding irgendwo. Ja, ich sehe ein Scheiß-Temann, das war der 1.0. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann mich nicht mehr so machen, wie ich nicht mehr so machen. Ich weiß, es ist Körling. Was ist das? da oben aus dem Dach raus hä? kämpft weiter der sitzt dann in einer Mitte an der Mensa ist da der Melvin ich hab den Forts verloren weil der würde mich schon wieder aufregeln wenn ich einen Lobby-Zinger finde so 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 und so bei uns schäfern so und so und so so und so und so da kann man ernsthaft diese Lüge zu spielen ja ja komm es war auch wieder lange Richter drübe alter nächstes mal fasch ich so eine Woche vor nicht mehr komm bleib da drüben ich bin nicht unbedingt von uns schärmen ich bin nicht oder viel vor ich bin nicht klar auf fünfhundert Meter weg das ist wie bleib die ein Junge das ist ein richtiger René gewesen guck doch mal eckige Schwupp René das ist bloß kein Team, ein Doppel-Tier die Feinde haben alle auch so eine Knoblauchfahne das macht er wieder die Tür zu, ich geh durch die Tür rein und dann macht er seine beschissenen Miene davon wenn ich die Tür auf mach ich explodiere ich wieder ich check's wieder gar nicht boah, da kriecht ein Hass halt, da kriecht nicht krampf der kriegt ein Notenkrampf, ne? na echt, endlich Blut der ist sehr viel und da nein nein naja aber so das sind die man hier nicht mehr die zunehmenden schluss schluss den kunden das ist Prozent Prozent wenn die Flüsse aus dem Busch du bist ein Schwäzer Junge kann er jetzt nicht sein was ist er da für eine Scheiße jetzt er hat mich einfach weg hier ist ein Drohner mein Gott die Verlöger durch die ganzen Drohnen und auch von mir war es ja schon von Drohnen ausgehauen und in die Art von Rheinland Schreib nicht so eine Scheiße und komm einfach. Ja, du töte sonst. Nein, ich hitti ihn im Kopf so und die Sache ist, wenn du jemandem im echten Leben im Schädel schießt, ne? Er sieht er direkt tot so. Was? Junge, so ein Stück die Granate an seinem Schädel vorbei. Chris, ich hoffe, du guckst auch mal einen Livestream mal. Drück mal nach 1 rein, falls du meinen Livestream guckst. Junge, immer dieser eine da. Ja, das unhöflich, der hört gar nicht zu. Wo sind die Deutschen? Ich hau gleich auf meinen Schreibtisch. Und dann wird der Kontakt zu euch Leuten ab. Dann hat alles unterfällt. Aber manchmal hasse ich das Spiel, ne? Das ist wie so eine schlechte Ehefrau manchmal. Herr Frau, mach mir was zu essen. Sie macht mir nichts zu essen. Was war das denn? Wie 손sthalk? Saat! Ja, angeht Pot 들고. Schatzkannstrick Waff somit ich habe gerade bestimmt was ist ja wir sind so schlecht auf die Führung finden was das nicht an Almanfrau ja er steht in seiner Einladung der Ausbildung gelesen der christmas sowieso erst mal das mb runterladen bei mir rein wie hier unterladen er hat doch damals mit mir geschehen aber der ewigkeit ist weggegangen aus dem hat der nur die beta gezockt mit mir die ganze version hatte ich hatte noch runterladen am Tag geloften wurden auf der Obenbieter müssen die Betriebe wir werden muss das spieler vorunterladen bei mir reingehen das geht ja gar nicht klar jetzt durch die nicht schön über vor er geht aber mit zu online die sache ist ein Bild und er geht zu unterliegt der Buch über acht stunden so wo du die hast du Text in meinem in der auftal streamen gesetzt ja was sind denn Text tags sind zum beispiel jetzt sieht doch wieder hört doch nicht zu chris ja chris du musst erst bei mir reingehen und noch mal primär aktivieren und das spiel runterladen chris ich höre dich ja aber es muss einmal erst mal gucken wie ein passwort geht alter alles komplett neu ja warte mal wie geht mein passwort nochmal alter da muss ich erst einmal bei google rein ich hab das ja geändert weil ich da so einen parasiten hatte äh sony macht sony mit man sich an der ps4 ich will keine ps4 kaufen offiziell plästisch wird ja aber ich muss erst mal passwort äh herausfinden von mir irgendwie die die rufel zu kundelst ich bin im live stream ne und zu die mann ruhe Prozent der Geist will das mal durchziehen Junge aber ich kann auch trotzdem mit Daten geben bekommst du ich will die Kinder hat so richtig klar die Sonne du mir das auch über Nacht waren und dann wird sie warten warte mal so ich muss einmal gucken wie das geht naja warte jetzt sowieso spüren ich mich richtig recht passwort hier nee das war falsch war das jetzt richtig ja was richtig wenn ich wieder gar nicht deaktiviert weiß nur wie das geht hatte ich kann über die playstation seite sehen dass du online seit muss ja noch gar nicht was das sind 20 informationen bei mir in der einstellung weißt du alles muss ja du musst ich warte mal wo ist das wenn du jetzt bei mir reingehst ich schick dir das bei whatsapp ich schick dir das mal meine Daten dann erklär ich dir wie du rein gehst na würd ich sowieso nicht sagen also wenn ich stream auswähl würde ich sagen meine Daten aber ja 10 sekunden 15 sekunden delay wo bist du denn da ja 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 So ich mache jetzt auch eine Memo direkt bei WhatsApp. Ich mache mal kurz jetzt das aus. Oh, hallo? Dann habe ich dir alles geschickt und das habe ich dir auch geschickt. Ja, okay. Ja, ich bin auch online. Wenn du das sagst, sag voll Bescheid, weil dann muss ich rausgehen, alles. Ja, okay, Digga. Ich sage dir auf jeden Fall Bescheid. Okay, ja, ich bin schwer. Ja, das machen wir. Was geht da ab? Ja, machen wir auf jeden Fall, Digga. Was für ein Hof sauber machen. Geh dich gar nichts an. Sei nicht immer so neugierig. Ich bin ganz neugierig. Ich bin ganz, ganz neugierig. Ich mache auch noch ne Stunde das Streamen. Ja, ich mag es auf mich rum hier. Das geht gar nicht an. Echt? Ja, ich mag es auch so. Kann ja nicht sein hier mit euch. Was toleriere ich nicht dieses schreiende Verhalten? Hüpp, Hüpp, aktiv, Hüpp, Hüpp, aktiv. Der ist schon wieder krass aufgedreht hier. Der hat schon wieder zu viel Kaffee getrunken. Ja, Kaffee ist mein Konsum. Was sagst du, Chris? Ja, okay, Digga, ich schlafe dann, ne? Ja. Ja. Geht's ja auch. Boah, ja, was geht, fünf Zuschauer. Fünf Zuschauer. Geht lieber alles zum Lightstream raus, der macht euch irre, Jungs. Der macht Gehirnwäsche bei euch. Jungs, was geht. Rettet euch. Jungs, man hat mal die Komis von der TN-Seite. Mach das nicht, das ist sein Trick. Das ist mein Trick. Siehe meine Augen, siehe meine Augen. Ach, Digga, ich muss auch mal meine Kamera umdrehen, Alter, sonst kriegt gleich die Pest. Kurva, Alter. Wie vielleicht ein paar Maske nicht. five? Ja. Ich muss mal deine Augen. Okay, dann reinein. Ich bin halt nicht. Ich bin halt nicht mehr. So, ich bin halt nicht. Oder das? Das ist kein, in Affairs? Ich bin halt nicht mehr. Keinei, also Indian- drivers mit F varied sind. wartet mal jungs ich kann muss was machen regt euch nicht auf sonst krieg ich mich gleich mit doch wartet mal wartet mal hast du mal eine mark für mich alter Ey, hast du mal eine Mark? Korrekt, Alter. Hast du auch einen Euro? Schade. Für 50 Euro lässt du ein Abo da. Ja, nice. Wer lässt dir 50 Euro ein Abo da? Nein. Ruki Birinci schreibt da. 50 Euro. Ganz schön teuer, Alter. Aber der hat mich schon von Anfang an abonniert. Ach so. Ja, ich sehe das nicht durch die verschlossene Tür. Die sollen doch ihre Nudeln essen, die liegen hier. Ja, was ist da los, ey? Lass mal jetzt anfangen. Ja, mach mal dein Glied, ich muss was machen. Ach, Junge, du immer was machen, Junge. Du hast was in der Backen. Du bist ein kleiner Spack. Ja, hör auf zu kacken. Hast was in der Backen. Komm ich vorbei. Wicked, wicked, wack. Wicked, wicked, wack. Wicked in the wall, wicked in the neck. Wicked, 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 wicked. Komm, schieb mir Party an. Junge, guck mal in streamen und musst du immer in der Party sein. Was ist los? Was ist da los? Melvin! Alter Saul! Der macht so Eigenwerbung wie Mediamarkt, Alter! Lackschuhe, Alter! Ja, normal! Was ist da los? Junge! Eigentlich mag ich ihn nicht. Ey! Wolltest du noch was sagen? Muckibirin, die am Schad! Ey! Eimer hat angerufen! Alle leise, weil jeder fragt! Eimer hat angerufen! Eimer hat angerufen! Ey, was eigentlich... Aaaaaaah, richtiger Heiber! Junge, der guckt da bei... NEIN Junge! Ey, mach mal jetzt hier Dingens! Junge, mach doch schon mal Spielsuche! Was ist das für ne Scheiße? Hier, such dein Spiel! Lukape jetzt we can ich schwieg aber trotzdem nicht jetzt das muss was machen jetzt hat er 20 Abonnenten hat uns vergessen Jure, was für vergessen früher konnte ich nicht sehen jetzt machte ich diesen Alter ja echt nicht ey Jungs ich meine doch gar nicht so naja, richtige halbmal soo soo nice ey Junge ich hab hier schon voll die Kinder die bei mir immer in die Party wollen ja 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 es hat fünf Leute im Stream das geht Jo, ich spiel auch crazy. Also ich stream auch crazy. Ja, er spielt auch crazy. Guck mal hin hier. Klette. Boom, du kleiner Lutscher. Was ist mit ihm los? Guck mal, der hier rein. Oh, Junge, was ist denn mir? Ja, war ja wieder klar. Ja. Ich hab das Spiel durchgespielt, auch wenn man es nicht durchspielen kann, jetzt aber gemacht. Vor, Junge! Ich erlass' jetzt nicht erzielen, erlass' jetzt vor den Eimernern hier gefallen. The Follow, warum fragst du? Ah, ja. The Shot Flow. The Shot Flow, motherfucker, Shot Flow. The Shot Flow, The Shot Flow. The Shot Flow, The Shot Flow. The Shot Flow, The Shot Flow. The Shot Flow. The Shot Flow. The Shot Flow. Es ist nur Spaß, bevor nach mir wieder das Besuch. Ey, Junge, Siegamen, ey, können wir bitte rausgehen? Ich hasse diese Map so ab, göttisch, ne? Ich bin schon lange draußen. Was denkst du, wenn du bist, Alter? Ja. Ja, komm, das verlassen mich. Wat'n Wichser, Alter! Ja, was ist los? Ich hab' gesagt, ich hab' dich da jetzt nicht. Ja, ja, komm, jetzt keiner ausreden hier drücken. Weil Sammurin wegfahren, den ich mir mit 300.000 Abonnenten gesehen konnte, ja. Ja, drei Tausend Freier. Ist's wie viel angekunden? Ja, drei Tausend Freier. Hä? Michi, tritt's mir bei. Ja, ich schreie ja, als würde die alle auch noch mal reinfliegen. Auch klein, ja. Ach Junge, der Rinn ist auf alle Zelleme. Du bist ein Zelleme, Alter. Ja Zelleme! Du bist ein Zelleme! Du bist ein Zelleme! Du bist ein Zelleme! Christoph, er fängt schon wieder über Schwänze zu reden! War ja kein Problem mit? Hat einer Probleme damit? Nein, hat keiner! Besser ist es. Meine Fresse, Alter. Immer die deutschen Mix-Gönner. Wo ist der Cousin? Ich hab den reingeladen. Hält der überhaupt der Cousin? Nee, keine Ahnung. Hält der nicht? Ja, Alman. Richtiger Alman. Almanio. Almanio. Frohes. Neues. Schreibe ich jetzt einfach mal im Stream. Mir. Meine Party, meine Regeln. Jetzt sind wir mal da. Oh, das ist alles bei dir. Schaut auf, oder? Schaut auf, oder? Perfekt. Jetzt kannst du direkt ein Like da lassen, Micha. Das wäre super nett. Dann raus aus meiner Party. Das war's dann auch wieder komplett an dieser Stelle. Sonst bin ich live. Mehr Kameras an, ne? Ja, Digga. Aktiv streamen, ne? Ich hatte heute schon elf. Jetzt müssen wir noch die Qualität liefern. Wird auf jeden Fall aufwärts gehen. Wenn ich jetzt noch mir den Laptop da bestell. Melde ich. Guck mal mein Stream. Wie sieht das aus, wenn nicht alles? Ich hab jetzt nicht doofen gemacht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Luka, was geht ab, Alter? Luka, was geht ab, Alter? Luka, lass mal rein hier. Luka, was geht ab? Luka, lass dich hier nicht anquatschen von den Piofiden. Luka, lass dich hier nicht anquatschen. Luka, lass dich hier nicht anquatschen. Hier ist alles. Luka, lass dich dafür rein. Jetzt steck ich erst rein, hinten. Bravo wird gesichert! Das musst du mal hören! Jetzt ist die T-Rex Nektion, Alter. alle habe ich meine Fresse 9 davon träumt er noch ich habe 200 Euro oder mich auch wieder ja der mich ja der ist auf jeden Fall die Bitsche tanzen nackt, tanzen die Bitsche nackt die Bitsche die Bitsche der deutsche Altmann ist der Teil nicht mit uns mal kurz hier glubschen ach Junge ja 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 wie lange bist du heute wach? ach Junge du rutschst an dem vorbei Junge, was bist du für'n Selle mehr alter? ja ich muss mal wieder was verlose da macht's ja oder den Glowstow die Verlust haben die hat die Verlust haben oh ich häng ey man ich bin so ein Klazocken richtig aller ja, da machen wir ja, da machen wir die hösische Masse mit. Nein, wenn deine Mama das hört, dann ist es ein Spaß, ne? Ach Junge, kann doch nicht sein. Doch, kann sein, weißt du warum? Weil AIM hat angerufen, die haben gesagt, wir möchten gerne einen Herrn Melvin stecken. Ich habe auch gesagt, da gibt's nicht und die haben gesagt, doch, bei Roller. Aber das habe ich auch nicht geglaubt. Junge, er hittet mich, er hittet mich, er hittet mich, er hittet mich. Ey Junge, er kommt rein, moin, ich bin da. Spaß im Fortnite. Neue Map, die haben ein bisschen verkackt. In meinen Augen. Ja, das ist geil, das ist geil, das ist geil, da habe ich ganz mehr, wie gesagt. Da habe ich crazy an und schlecht gezockt, war ich auch nicht voll gecatcht. Und ich habe seit... Verbündete Drohne an. MW-Release, MW-Release, der uns kein Korn an mir gezockt. Wir haben einfach... Oh nein. Da ist ein Schmutz an. Das ist spannend. Chapter 1. Das ist halt einfach schon. Aber ja. Das Team bei C unterstützt. Oh Mann. Ich habe Minty die 11. Pass auf die Minty spit... Sch... Ja, mein Gott. Schau wieder auf die Minty spit... Mein Gott, ey. Kriege es. Die Alpha wird gesichert. Bei... 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 Bei Zirka... Bei Zirka... Nehmt nochmal mal Gapstum, gab es den auch mal, ne? Zirka... Zirka... Naja, aber... Musst du dir so einen Namen abkommen, glaube ich. Hallo. Ich glaube, der letzte Schmutz hier hat ja damit. Ja, 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 ja. Frag doch einfach mal, ma, 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 ma. So, ey. Digga, ist es eigentlich real oder unreal, dass ich jetzt hier einfach auf diese Drecksmetten in VTOL geholt habe? Elvin. Ich habe nicht den Bokalas gedroppt, da war es schon auch flüssig. Also... Ja, Digga, ganz ruhig. Ja, ja, besser ist doch. Ich muss nicht mal in die Gute. Ja, ja, besser ist doch. Ich muss nicht mal in die Gute. Bord mit 3, wir werden... Feind hält zwei Ziele. A wird gesichert. Wir haben schweren Ziele. Was will denn denn mit dem Kind? Ich komme alleine, Alter. Jetzt bin ich schon der ruhig. Wir verlieren 10. Wir nehmen es Bravo ein. Wir haben es fast geschafft. Kämpft weiter. Und das Ziel bei Charlie untersucht. Wir haben Charlie verloren. Wieso klappst du zusammen Jurassic Park? Wieso klappst du zusammen? Hahahaha. Wieso klappst du zusammen? Ich bin schrei, dass ich nicht seh. Wir verlieren Alpha. Wir haben eine andere so lange aufall. Das ist ja auch schon das. Die haben andere so lange ausgetreten. gut reichen der Stabste ja ist schon, du bist voller Alman, Jerome was war das denn ich bin exkludiert so eine Sprengolizierung ich habe gerade die ich bin ich bin halte lustig die 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 hat aber für die die ich hatte gerade Kampferi alles er hat gesagt, sie nutzt gerne Eier. Na wer hat bis jetzt Jerome 12, 13? Die hat doch so eine Welt. Du hast nur Haar am Sack? Dann musst du so eine Wörter im Mund. Mann, Mann, Mann. Der nimmt auch andere Sachen im Mund. Der nimmt auch andere Sachen im Mund. Der nimmt auch andere Sachen im Mund. Oh, Jerome. So, jetzt weiß ich nicht mehr die Wüte blockieren kann. Und andere Sachen im Mund. Ich bin nicht vermittelt. Ich bin nicht vermittelt. Äh, schon wieder Riege. Boah, ich hau hier gleich. Schau mal, wie sie über sich reden. Ich weiß nicht, Alter. Ihr macht euch grad voll die Deppen, Alter. Von euren Lutschern und so, ne? Wie sie schon, ne? Wie sie schon, ne? Die Salzschule, die sie von den schwimmen Lutschern und so. Die Eier und so. Ich hoffe, dass Minty ist Helden. Der war mal krass. Der war mal zweimal bis jetzt im Shop. Einmal zum Einkaufen. Der war noch zweimal zum Einkaufen. Der ist natürlich nicht. Der war jetzt nicht. Der war noch zweimal bis jetzt im Shop. Einmal zum Einkaufen. Warum rutscht der nicht? Wenn mir hat der Vita Aber der Misha, der will einen verarschen, der hat mich nie eine Explosion durch den Granat verliebt Was ein Gammler Boah, das ist ein dreckiger Gammler ohne Witz, aber das fack mich so mies ab Ich bin gestern aufgetreten Ich bin gestern aufgetreten Wir haben Alpha verloren Charlie wird gesichert Der hat mir hier Oh, ist gar kein gut, ich hab das doch gesichert, ich hab den Knie unter dir Volles Schwätzer, Alter Volles Schwätzer, Alter Knieberger Ich bin gestern aufgetreten Ich verlos hier was, wie so eine Echodote Eine Echodote, Echodote heißt die, die Alexa Nein, ich verlos die, ich hab meine alten Nacken verschoben Wenn ich 900 Abonnenten hab, hau ich nen Puffi raus Hab ich schon zweimal gemacht, nen Puffi rausgeballert, ja? Ja, zweimal Ich hab ein Messer in den, ne? Ich will aufpassen, was du sagst, ne? Sonst Keiner schätzt die Kraftwaffe werden Ich schmeiß das Durch die Kärme, Alter Oh, die Lackschuhen, was war das denn? Oh, die Lackschuhen, was war das denn? Bisschen mal am 3-Märchen? Oh, die Lackschuhen, was war das denn? Was? Bisschen mal am 3-Märchen? Ja Warum? Bei Bauben Bei Bauben? Bei Bauben? Bei Bauben? Bei Bauben? Bei Bauben? Junge, du laberst über Fortnite während wir hier im Weg streamen, Junge Wenn ich schlecht in Fortnite komme, rasi ich ihn, dann bitte schlafen Yo Bro, was los? Was steht an, wait? Boah, wie kann Pika-Divi, Alter, das ist die schlimmste Map im ganzen Spiel Ach Junge, heul nicht den ganzen Tag, bist du schon am heulen, Alter Ich versteh's wieder nicht, ganze Zeit am heulen Boah, ey Geh, komm, lass mich, rede mit mir heute, rede mit meiner Hand, ehrlich, guck meinen Livestream und fertig Nee, das krieg ich nix, wenn das Ja, ist so asozial von dir, dass du das nicht machst, Junge, ohne Witz Boah, der ist langsam am Sieg gut, Alter, ja Du brauchst bei mir nicht mehr ankommen Du asozial Boah, ey Korrekt, Alter, der lange spielt eine Runde von der Funde direkt sieg Boah, du bist richtiger Einwohner Du bist besser als Jerome von Melvin, der Cousin, der ist richtiger Amor auf euch Ja, geil, kein Ding, Bras, komm vorbei, ich bin am streamer Nein, heute kommt keiner mehr mehr vorbei, der geht heute mit Heidenswert Was geht, meine Freunde, Melle wieder am Start, ich sag euch einfach jetzt und gleich Heute werden wieder 6 Stunden gestreamt von Anfang an bis zum Ende hin Ich sag einfach, ich hab meinen Kollegen T-Rex Legend dabei und noch einen anderen, den Micha, den Snake Eater Aber leider frisst er keine echten Schlangen, sondern nur Penisse So, und jetzt legen wir erstmal direkt los hier, T-Rex Legend, starte mal direkt die Runde hier Ja, saubere Sache, so sieht schön aus Ja, ich hab vor einer halben Stunde schon gesucht, aber die Kardiven wieder nicht starten Digger, ich sag nur von vornherein so, T-Rex Legend ist halt der Herbstgespasti so und ja, gar kein Abo da lassen, am besten direkt blockieren und melden und ja, Gruß geht raus im Kuss Ja, bitte Es ist mir gut, dass sein Cousenkengeber wie im Checking YouTube ist, weil ich gerne 14-jährigen die durchlassen kann, mit dem Kinderverkauf mit dem Kinderverkauf Ja, ja Ja, ja, korrekt, schreib dann direkt rein ne Wir hatten ein Geschenk geöffnet, das war mein letztes Kann ich auch irgendwie mal promoten oder so, keine Ahnung, wie ist der, kennt der der Junge Junge, ich wollte einfach wieder, Junge, von 10 auf 11 und dann auf einmal 18, jetzt gleich 20, dann macht er schon eins der Fulls-Gesam. Kleiner Arsch, lecker der. Wenn du 100 Abonnenten hast, du musst 20 Payset aufholen. 20. 20, ne? Und zwar nicht so korrekt, ja. Leute, wenn es dann irgendein Einwand beschwert, ich würde direkt sagen, verpiss dich, ich verdiene kein Geld mit, das ist ein Hobby für mich, das ist für euch ein Gefallen, wenn es um 20 Euro sind und wenn es um 1 Cent wäre. Ja, ich würde das schon, glaub mir, ich würde das schon richtig machen. Da kamen auch so Leute wie, das ist das, 25 Euro und so, da kam auch aber welche rein, die haben 25 Euro haben oder nicht haben, ich mache das von mir aus so, 25 Euro Paysafe oder PSN-Card. Ich würde mich gerade auf Nacken, wenn ich 100 Abonnenten habe, so, Decker. Ich lock die ja quasi ein bisschen damit, weißt du? Ja, wir machen mal direkt Tür zu. Ja, wir machen mal direkt Tür zu. Ja, wir haben ja auch schon gesagt, der hat 108 Euro, weißt du? Nein, der hat mich auch gut rausgeholt. Nein, er holt mich mit Pissi direkt im Schädel. Kann doch nicht sein. Hey, Digga, immer diese Mühlen, die kacken so ab, die Bix, Digga. Ja, Digga, da hab ich... Geist! Ich hab da kein Fock mehr drauf. Ja, ich hab so... Ah... Junge! Nein, ich will das Dreckspiel gar nicht spielen. Ne, ich will diesen Modus, wo man sich so verwandeln kann. Junge, ihr redet nur über Schwänzchen-Schwuletten, Alter. Junge, mein Gott, soll ich dir ein Kilo vor zum Geweihnachten schenken, oder was? Ja, ne? Ja, ne. Kann er auch mal unsere Schwänze bringen? Wir haben Bravo reingenommen, ja, bravo, ja, bravo reingenommen. Scheiße, ich habe nur noch ein Gefühl, das ist nicht so schön. Ich hoffe, dass wenn ich Drohne habe und bei der Drohne einfach nichts passiert, ja? Ich hasse dich nicht, Alter. Junge, du hast die Drohne so und... Junge, deine Mutter, ich habe Spezi-Muni, was denkst du denn, wenn du bist, wenn du gewesen bist, Max? Junge, Junge, Junge. So, 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 und so, bei uns steht da jetzt so. Junge, du hast keine Freunde. Wenn du nichts ankommen. Dann hört der Patch O potest sind. Okay, jetzt noch ein kurzen Nadeang, oder? Dann geht nicht nicht in ruiken Neure jugend. Sichern diese Position, wir werden... Na, 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 na... Boah, durft schonikkupf war ein Tor, Alter! Scheiße. Aber ich hasse den deswegen, Claymore ja? Claymore richtig hohen Sowingener, Assmin, jungen. Ach, es ist mir jetzt größter Scheißer. Ja, das fackt richtig. Wie will. Boah, komm schon, komm schon. Ich weiß, ob wir kamen jetzt und wartet auch nicht. Wo war mein Imp? Wo war mein Imp? Wo war das Ding? Ja, ne. Da hab ich keinen Bock drauf. Weck du einmal an! Ja, ich hab da gar nichts gedacht. Boah, nice goal. Was hast du nicht gemacht? Ich hab gehangen. Wo auch immer. Ja, ich weiß, ihr wurd vielleicht festgehalten oder so. Melle, bleib hier. Warum soll ich warten? Melle, bleib hier. Ihr kleine Hohlen-Söhne, ihr Sipp-Bau. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ich hab euch nichts getan. Ich will euch nur umbringen und so, aber... Was geht dort ab? Ja, Mann. Jetzt bin ich nicht mehr auf Twitch am Stream. Jetzt bin ich auf YouTube. Und ihr wurds gebannt, ne? Ne, ne, nicht gebannt. Nein? Ich hab einfach keinen Bock gehabt. Ich hab noch gewünscht. Ich hab noch 500 MP kriegen. Nur am Streamed auf U-Porn auf dem Gay-Seite, Alter. Mach ich auch. Achse auch. Und gleich will ich mich zerstören. Junge, ich mach ne so. Ja, groß mal. Ich hab da nicht erst mal verbracht. Ich mach immer so Specials. Nächstes Mal koch ich beim Zocken so. Nebenbei kommt ein Kollege, leg Techno auf im Livestream. Immer was mach ich. Ja. Ja, so ähnlich. Nur alle den Eintopf, dann Wasserkocher. Das war frisch. Nein, er gammelt dort oben. Was so möglich ist. Ja, sicher. No, Tuck, Pö. Junge, das ist mein er. Du hast noch voller, Alter. Die dachte, ich bin 12 Jahre alt und du zu spielen. Dann rüberquenzt auch noch, der ist, wir spielen doch mal. Achtung, ich hab's abgerufen Ja, nö Ist mir mal egal, aber jetzt gibt's ja erstmal Wow Boah, ich bin durch die, aber ich bin super Wurde Woher ich hab mit Anruhe eingedacht Woher ist jetzt von der Wer ist jetzt von der Spanke? Der woher denkt, der an Männer denkt Ja, und jetzt kann jetzt Jetzt kann das nicht mehr ausgehen Ja, du hast Ja, du hast Ja, du hast Ja, du hast auf jeden Fall war das der Michi ich weiß, ich verarschte Michi also er nimmt die Ärgerwolle sie holen direkt meinen Vitor diese dumm dreckigen Drecksäcke sehr warum jetzt hab ich Heli keinen Gegner mein Gott ich hol die auch alle ich hab ich hab ich hab ich hab siebenundwanzig achtenzwanzig die sind schon halt ich hab sie nicht ich hab sie nicht ich hab sie ich hab sie wir müssen da doch liegen oder ja die sind doch nicht zu ja wir verlieren dich feindliche Drohne über uns das Team bei Charlie unterstützen Ziel gesichert Feinde haben Charlie übernommen Charlie wird gesichert ich hab sie nicht ich hab sie nicht ich hab sie ich hab sie ich hab sie nicht ich hab sie nein nein ja angenommen zicke junge 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 weizenjungen Alter was hier los wir haben Alpha eingenommen 31er 31er abschüsse was ist denn da los ich bin normal das ist nicht mehr normal ich bin eingeschritten ja ich bin noch ein bisschen zu D Luca ich komm aber auch definitiv noch drauf machen oder das Spiel ist scheiße und das Spiel kein zu D bleib und sonst die die ganze Zeit am Stream wie lange schon ach ich hab gerade neu angefangen war Internet scheiße und so aber egal ob Sache läuft ja man der erzählt mir nicht ich bin schon den ganzen Tag Alter 19 Abos echt den ganzen Tag 19 Abos da sagte ich gleich angefangen ja man in 4 Tagen in 4 Tagen kommt noch 2 Jahre dann hast du die Million boah bruder wär zu krass ehrlich ja ich würd euch immer auf ihren Bruder Basis mit dem Urlaub nehmen Dixon Dixon Johans trochen aber nix hier Türkei und so erst mal Amerika und so oder wir müssen Dixon Spanien in Barcelona gehen in den Kopfschule boah ah Junge der schon da ist vorbei wir suchen und zerstören wir suchen und zerstören ich hab keinen Bock mehr auf Herrschaft packt voll ab Alter ich bin nicht leise ich bin nicht leise Herrschaft hier Herrschaft da ich bin nicht leise Herrschaft hier Herrschaft da hast du garlos jetzt wirk mal und du hast auch irrt ich hab nur noch 2,3 Stück du bist hoch oder was ja das ist ein Blüm dann nack ... nack dir das hab auch kein Buch auf der oder du willst ja äh Ich kann dir aber so ein Blättchen machen, dass es so lang ist, dann ich mach dir dann zwei Meinst, kannst du das machen? Gib her, bring mir drei Blättchen Oder sollen wir lieber zwei so machen? Lieber zwei, wenn du noch einmal zwei so machst Aber setzt euch mal auf Couch, ehrlich gleich Ich kann das gar nicht sehen Warten oder ich bauen, dann kommen wir dahin Setz dich mal auf Couch Also nicht damit ihr im Livestream seid, sondern ihr braucht euch auch noch schämen Ich selbst verspann heute, die damit machen Falls das noch Hilfe für die Einladung kommt Alter, hat der Ding gerade auf den Arsch gehauen? Alter, ist ja schwul Das geht bei der Silvestre nicht Ich war ja hier, ja Das geht bei dir Ja Oder ich weiß nicht Du wirst kommen hier so viel, ja Oder wenn man auf seinem Irrle Weg ist, komm ich hab hier glaube ich nicht Der Weg kommt nicht Der Weg kommt nicht Oh, bitte Oh, ich dachte schon Ich würd auch hier Upcracken glaube ich und sowas Hier? Was will man machen, Bruder? Ich bin hier mit richtig viel, ne? Ich bin hier mit richtig viel, ne? Ich bin hier mit richtig viel, ne? Und dann Was denn? warum ach Junge, ihr seid, ihr spielt doch voll ihr spielt gar nicht gut, vor allem du T-Rex Legend dann musst du mich darauf hinweisen hab ich doch gerade gesagt was für dich? ich hab Koran hab ich gesagt du Sian, was darfst du denn? jetzt gehts los, Alter jetzt muss ich mir schon ein, wer noch grün nimmt, wenn du alles vertragen hast Junge was spielen wir hier eigentlich? Team Deathmatch, Junge ja ja solange wie sich das ergibt ach so, ihr könnt ja Stream gucken alles klar, ciao guck einfach Stream alles klar, ciao ja, guck den Stream tschüss ja, guck den Stream tschüss extra Kopf ficken, ja ja, Mann muss, Bruder, von nichts kommt nichts ja Hauptmann Süd ist richtig ja, Mann ich bin so gut ne, ich bin so gut auf jeden Fall ich bin so gut ich bin so gut ich bin so gut im Moment Ich mach den Dicks krank. Ich hab die Mission übrigens zu Ende gemacht. Wem gehört der Vitoch? Wem gehört der Vitoch? Ich hab nur gehofft, dass er nicht rausgeschmissen ist wegen Aktivitäten. Wie ist das Sachkasse-Promission? Gar nichts. Nichts einfach. Aber egal, ich will selber auf diesen Dicken. Gibt dafür auch krasse Leute. Drei Leute nehmen schon mal neun Prozent Anteil weg. Das scheiße ist einfach die Bühne-Routine. Ja, aber dann haben wir einen Hacker. Wenn ich einen krassen Hacker nehme, haben wir mehr Zeit im Tresorraum. Ich hoffe, wer los auf die Zeit bezahlt werden. Und je nachdem welchen Fahrzeug welche Fahrräder ich organisieren habe, Und je nachdem haben wir auch geklappt, ich weiß nicht. Mit 20 Prozent, dass ich die Schöpfe einsen kann. Was? Mit 20 Prozent, dass ich die Schöpfe einsen kann. Was? Kann ich mal nicht zu viel machen. Warte. Jetzt geht. Was hast du denn mit den, oder? Irgendwo bei den anderen hoch. Bei diesem Umster oder so. Da ist in der Wiese von Bunker. Da komm´s hoch. Dann komm´s hoch! Da komm´s hoch! Wie kannst du denn nicht auf die Karte sehen, René? Ah, hey! Der hat den nicht gerade... Du, du bist ein bisschen frisch. Lass mal meine Sorge sein. Du musst erst mal die Haare wie auf dem Rücken gehen bekommen habe. Okay, wenn du sagst, nehmen wir gerne deine Rade an. Aber nur so. Was? Gegenloch von der Mittelschaffanwelle, komm ich so hin. So. Guck mal, wie immer du da bist. Du bist schweilig draußen, Bruder. Du lachst, ja. Geil, oder? Du machst das, ja. Jungs, am Start ist das. Du machst das so, ja. Bei Michi ist schon mal auf meinen Livestream gekommen. Ich schicke jetzt jedem Kollegen diesen Beleg von dir. Warte, mal gucken. Marvin schicke ich das, ich schicke das Mert, ich schicke Yusuf. Mert wird auf jeden Fall hier nach dem Zimmer gucken. Mert? Ja, normal. Der hat doch ja nichts zu tun. Wenn du weißt, was du mal machen musst, musst du ihm streamen die Augenbrauen abasieren. Flosch, ich schicke das auch. Was? Du willst streamen die Augenbrauen abasieren. Jetzt sieh also, jo moin Freunde, bei 50.000 Abonnenten rasiere ich mir die Augenbrauen ab. Ja, was war der? Ernsthaft? Macht der das? Ey, ich hab hier zwei Leute in der Zuschauer liest, hier. alle meine Einschränkungen veröffentlicht tief sein vor Ort schießt gar nicht zu nehmen aber ich komme jetzt rein und schreibe diese 1 Jürgen Redding Jürgen brauchst keine Einschreiben auf jeden Fall in die Schuhe Kumpelmann Gibt's den dicken Lappi, ja? Gibt's den dicken Lappi? Gaming-mäßig oder? Ja, ja und dann kommt da alles hin, ja? Boah, man sieht dick umrüsten. Ja, Mann. Wofür ich jetzt lieber ein Bildschirm? Junge, hör mal auf! Guck meine Stream! Wieso er rauskommt? Sag ihn, der soll rauskommt, ja? Digga, wenn ich könnte, mit einer Rotzange auf seine Finger holen, ja? Digga, wenn ich könnte, mit einer Rotzange auf seine Finger holen, ja? Damit nie wieder den Controller anfassen. Was macht denn, warum macht denn der COD? PC und Xbox in einer Lobby, Alter. So eine Rotz. Und dann geht's doch nicht. Dann gehören die auch nicht. Da werde ich zum, zum, äh... Und sie! Okay. Wolle ich sofort nicht, wo mein Headset. Oh, Schüttel aus. Oh, ey, guck mal, die Te-Mate, die schieben mich... Die schieben mich hier von ARB. Wenn ich irgendwann auf das Beg easiest und auf die Koala, dann geht es nicht rein. Ich mach einfach mal ein Hash auch noch, ich mach einfach mal ein Haft. Wie ist das ... Die Dach? Die Dach! Das Hände! Die Dach! Die Dach! Die Dach! Die Dach! Ja, die Dach. Da muss man nicht! Ja, die Dach! Der Dach! Die Dach! Die Dach! ich habe im P.O.F. Gold das reicht als ob er ich hätte sein Schädel junger ey der Schädel Basel Junge, 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 Junge ja, ab dir fuck der ich bin echt nicht schlecht in den Spielen aber das macht mich so sauer das geht zu ne digga du läufst geradeaus BAM Headshot du läufst wieder du spawnst du läufst die selbststände BAM Headshot das ist ja schlöre wenn man weiß man ist nicht schlecht und wird dann nur gebannt stehen ah wie das das war ja gut hat er gut gemacht ach Junge er spawnt direkt hinter uns bitte wie bitte wo warum spielen wir überhaupt Team Deathmatch was willst du denn spielen König ja kannst du ja auch gerne Knossi nehmen mein Freund schreibt ne eins im Chat meine Freunde die 1 hat die 1 hast du dir definitiv nicht verdient schreibt ne eins im Chat meine Freunde ich bin's euer Knossi, euer König best du bist korrekt, der Typ ist echt wahr, was ich liebe den, der ist so cool schnapp ein mal du Selenny Junge ich kling's ja so ich komm zu dir nach hause und brichet den Naus du hast du eine Frage PapaHase 3,4,1 Photoshop 1,1 Photoshop Nein, ich bin drohe über uns nein, Digga mein Internet, ja nun ist der Klasserschlapp, der Klasserschlapp, der Klassschlapp es fängt wieder gut an es gibt offen L2, flashlight was gibt mir alles klar was geht da los was ist das denn für eine Granate gewesen? vielleicht, welches Level? Nein, kann doch nicht sein 112 Miloten lässt du, was geht bei euch ums Ja Na ja, den muss mal einer suchen Mal gucken, mal gucken Ja okay Die muss schießen hier durch die Wände oder was? Was ist denn da los? Oh, Junge einmal nicht aufgepasst Da bin ich weck, ich bin weck Oh, der verschilte Die, der hier, der Meine Match Hallo, ach Tschüss, die kleinen 6er 2er 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 1er 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 2ern 2er 2er 1er 2er 2er 5 1er 2er 1er 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 2er 1er Nimm den Mund nicht zu voll, ne? Lass uns keine Eier heben mit, was es ist. Den kann man das schicken. Ey, hör mal auf mit Team Deathmatch jetzt. Mit Team Leonard. Das ist mir egal. Hauptsache, das ist gut. Ich hab gemixt angemacht. Herrschaft, immer Herrschaft, Herrschaft. Grinch. Krüger. Ist das der Wikinger oder was? Nee. Fehlt der Bart. Die Mütze. Nein, hier wird keine Kippe geraucht. Aber mich hältst du auf zu janken, ey. Ich hab keinen Lust. Ich hab hier keinen Lust. Wegen Eingeworheit. Es wird durchgezogen. Aber guck mal da durch den Rauch. Das ist besser. Nur wenn Not ist, gehst du kurz raus. Ja, Mann. Aber so unmöglich hab ich's noch nicht. Aber warte doch 15, 20 Minuten. Da laufen wir eh wieder Dübel. Wenn nicht, keine Ahnung. Weiß ich, ihr kriegt eh gleich Schmach, wenn du jetzt weiter eh so kippe, kippe. Dann kriegt der gleich auch ne Bock auf kippe. Dann raucht dir eh Dübel. Oder ihr geht beide zusammen raus. Weißt du? Gibt immer Konfinisse. Will ihr auch noch mal was finden hier? Ja, ihr seid ihr geflogen. Boah ey, ihr habt auch ein Internet, ne? Wie ein Bambus. Kommt rein. Wessling Chips haben. Wessling Chips, Junge. War aber krass, ja. Ja. Nein, 40 Kommentare. Ich hab nicht... Playstation... Womann Yu. Was? Vielleicht ist es mit der Kourkos, ist es verbaut. Was? Wie kann man was hier schreit? Merd, das ist einfach ein Kollege. Das ist einfach ein Kollege. Das ist einfach ein Kollege. Merd. Besser Mann, ja. Ja, man ist so. Krass, das ist einfach ein Kollege. Wo ist das? Ist schon Baba, ja. Fickste Brille am Schoen. Ich... 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 Ich lade den mehr wenigstens. 2,2,1. Immer muss man auf den warten. Auf wem? Auf dich? Ich? Wie? Wie? Tritt mal bei? Wie? Wo, wo bist du da mal? Ich gucke die Brille an. Naja, deswegen verlassen die auch alle. Es gibt aber auch so wenig, was man spielt. Mutter. Ja. Was hast du gesagt? Ich hab mich nicht konzentriert. Flugzeuge? Ja, warte mal. 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 Weh, w... Flieschen nicht Flugsimulator? Ach, äh, äh... Mein Gott, Michi. Solle! Was du rum Solle! Was geht? Flugzeug fliegen? Oder hast du zu viel Fortnite gespielt? Haha, w-w-w-w... Welches Flugzeug, Digger? Hä? welches sand mit du hast zu viel sand durch die nase gezogen ist da doch freigefallen ja okay das aber steht das war wirklich bullshit ja guck nicht stream jetzt auf jeden fall erstmal ein bisschen ein weh weil die jungs sitzen ja auch kein blauen bisschen so sieht aus und von daher ich hab jetzt ja auch kein bock wieder zu switchen so mit der spitz schluss mit belegung was die leute am start so was die leute gelten oder lassen oder auch einfach weiter zuschauen das mal ein abo da und raum das jungen weil die alles schlechte menschen an den mehreren direkt da der mann empfiehlt man auch 14 spielte ja du spielst jetzt gar nix du spielst gar nichts mit ihm michi michi so für euch müsste man sich nur hier durch hier kommt dann auch leo keine ahnung ich glaube leo ist heute feiern und wenn leo was will dann meldet sich schon von selbst michael, was hast du noch auf dem dach? er fragt sich ja ach mein cousin wegen fortnite ich renne mich hinterher so wenn der zucken will dann meldet mich schon links links die einfach nicht nur einer ob 1 und noch die und mehr auf keinen Fall bei Schalke das Ende der Masse was sollst in den Mausel Passe die Garten sind nicht erlaubt nur noch fragen und solche da noch 100 mal beantworten Prozor und Sender Wunderbar Schäfer und ich sage ich will da Träger in die EU 4 und da trägt er aber gar nicht haben ich sehe auch von MW die Masse wie weil er sich weiß doch so kann aber dies alles scheiße und nein das Spiel ist geil Das ist schon ein Niederringenbisschen, ne? Ne, er hat Beufe. Vor allem wird man noch nicht besser, weil man sich nur abfuckt. Erster, habe ich Kontrolle. Macht sie fertig. Links, ja, ihr links. Jo, Alter. Du musst schneller. Du musst halt schneller hinkriegen. Du musst auch 13 noch, ne? Die Dreck, alles sagt, da geht. Entfindlichkeit. Das ist alles. Das ist alles. Feindlicher Vitol im Einsatzgebiet. Alpha wird gesichert. Wir nehmen mich jetzt bitte. Und lernen einfach durchzuschießen. Ich höre immer auf und so, dann würde ich den nächsten mal so eins zu drücken. Das ist alles. Er hat schon wieder Hassgefühle in seinem Falle. Guck, Bro. Wir werden auch die Kids geklaut. Macht ihr da den Kopf? In den Monosong. Ich weiß nicht, was ich sage. Wer ist? Ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht. Lass den Jungen in Ruhe. Den Super auch an. Was? Sicher? Was gibt's für mich? Ich hab ja 10 Uhr an. Töch. Woher zu? Ich gehe jetzt in Ruhe. Das ist nicht geil. Der Dreckige, Bix, wie es in Ruhe. Keiner gehe an. Du bist jetzt um einer Ruhe. Wir sind so gar gut an. Fliegt der jetzt auch mal weg? Ich verlasse gleich die Lobby, ne? So ne Scheiße hier. Das will Herrschaftsschmine, ich fass ihn das nicht. Warte, nein, weil ich bin dreimal gespawnt und dreimal hat mich direkt der Heli geholt. Was ist das bitte für... Ich hab schon sechsmal geholt. Und man muss doch bedenken, ich hab die Map zum ersten Mal gezockt. Ich zock nur Schultaus, Bruder. Nur Schultaus, Shippen mit Wasser. Ja, ich zock auch nur Schultaus und Shippen. Wo er hockt, guck mal, wo er hockt. Ach, ich hab mich da im Arsch und dann auch wieder so mit rechtlicher Deutscher. Ach, ich hab mich da im Arsch und dann auch wieder so mit rechtlicher Deutscher. Das Spiel macht halt kurz wie das ist. Ja, ich hab's gewonnen. Nice! Und die haben wir vielleicht da, ich hab's gewonnen. ist ein gründer wir sind ein gründer ist das ist das dass wir die gründer und der kleine Ja, ne? Ja, warum krascht das, Eddie? Das ist schon noch besser. Ich konnte nie rein und nicht rausgehen. Warum nicht? Ey, siehst du ja immer, geht die Predator auf mich. Da waren drei anderen. Ja, das ist ein Eimer. Keier. 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 Ich möchte er in den Goods nicht gehen. Genau, aber- Ich habe es nicht geschoben. das ist nicht drei jahre nicht spüren zurückkommnen da muss ich ja leicht schmunzeln weil er weiß das ist die wahrheit ach Junge er kam mit im Flugzeug drin bitte wie armselig ist denn sowas das ist auch nicht schwer also ich lach nur weil es einfach so wahr ist aber geil danke wir haben hier links der GmbH und die Gäste ich hab 20 Abonnenten was da los Alter das Loser der Koffer nach dem der Scheiß auf deinem Abonnenten es ist kacke auf der die Kugel Nürnberg sagt er hat aber zu uns gehabt die Jahre die ist klar von der Blumen trotzdem mit mir sie ist wir sind alle stunden er kommt wieder mit seiner Schuhe erlaubt und ich bin der Schwung gar nie alter was sind das fertig Nudeln oder was das ist das nicht so ist meine Tante Männer Gaby Junge, als ob meine Tante so mit einer anderen Mal ist. Wie schon im Schnee so. Die weiß noch nicht, was da ganz drin steckt. Nein! So ein Glück! So ein Glück! Ja! Hallo! Oh! 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 Ich krieg dich mit schlafen. Tschüss! Was laberst du da, Junge? Ich brauche dich jetzt auch gleich mal. Mein Freund respektiert. Junge, wenn ihr dich jetzt verführt, okay. Aber wenn du jetzt einfach ausmachst, weil dir sagt, yo, Schatz, reicht jetzt mit Zocken? Ja, ich muss jetzt noch ein bisschen im Haus verteilen. Achso, ja gut. Da hab ich schon... Also, da hab ich vollständig verstanden. Ich muss jetzt noch ein bisschen was machen. Das muss ich mir mal vorbereiten. Nein, komm ich nicht. Oder darf ich noch ein bisschen Schatz, bitte? Das ist auf jeden Fall eine Drecksnap. Da ist ja der Jukami, Alter. Viele Likes. Also hier ist ein Video, das sind 11 Likes und 62 Aufrufe. Oho. Nein, Mann, Alter. Junge, Junge. Ey, gib mal was von deinen Zona Dach. Wäre ich? Ja. Nö. Ja, dann nicht. Nö. Ja, dann nicht. Das wär cool, wenn man so die Abos so splitten könnte. Ja, aber nur wenn die denen der Kategorie dann gefolgt haben, weißt du? Ja, dann könntest du sagen, hier komm, schieb dir 10 hier von mir, gib mir 20 von dir, dann sind ins Geschäft gekommen. Ja, quasi... Ja, aber das Promoten doch schon irgendwie besser. Weil dann ist dann auch irgendwie wieder Fake, so. Ja, ich bin schon Geschäftsmann. Ja, okay, das stimmt. Ja, ich geb 20, ich krieg 40. Ist das denn ein gutes Geschäft für mich? Ja, das ist für mich also Geschäft, Mann. Komm, mach mal hier Shoot-Haus, Alter. Äh, warum verlässt du denn immer die Party, Alter? Junge, ich verlass die Party nicht, dann iss, weil du mich immer raus wirst. Der erzählt eine Scheiße, ich schmeiß sie gleich raus. Ja, ja, ist klar, gleich schmeiß ich mich mal selber raus. Ja, machst du schon die ganze Zeit. Ist klar, dann machst du. Komm rein jetzt, der diskutiert auch noch wie meine Freundin, Alter. Junge. Ja, komm rein und genieß die Show. Junge. Ja, Melvin, was möchtest du? Besser ist es. Wir spielen schon wieder für dich die kleine Rotz hier. Shoot-Haus-Shipman. Doch. Warum? 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 Warum ich mal gerade komme? Bist du schlecht oder bist du schlecht oder, äh, bist du zu schlecht? Das ist richtig so. Hä? Einfach ein Salmon. Schlecht, was erzählt sie dann, Melvin, schlecht. Zeig dir jetzt mal, wie ich schlecht bin. Boah, shit, mein Gott, als er sie ist, halte Sekunde tot. Schlecht. Du darfst doch verlieren. So, ich bin da hinlegen, wo dann? Lade mit der Zipthofor! Lade mit der Zipthofor! Es ist bei Charlie, gehst du mit! Lade mit der Zipthofor! Lade mit der Zipthofor! Lade mit der Luft! Nein! 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 Ah, ich denke, ich muss schon mal um mich zu schneuern, ich kann mich nicht abwägen. Ah, ich weiß nicht, ich muss mich nicht abwägen. Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Du kleiner Basel. Nein, war das Team-Mate-Wack jetzt schon gelöst, sie sind echt einfach. Was ist los? Er wächst an. Frau, ich fängt. Es tut mir leid. Ich brauche mich lieber ein. Ich team jetzt nicht aus ihrem Spawn. Es wird sich ja nicht nach oben auf einem Steinmaschinen. Das ist richtig los! Was ist das? Das ist das Problem! Das ist das Problem! Das ist der Fall! er ist da oben drin, er ist da oben drin, Alter, ich f*** seine Mutter oben in den Süd ist einer ich brauche die, ich brauche die, manchmal braucht man die, die klingt mir nicht so wichtig oh, er hat mich so weggegabt, halleluja da ist er hier ich habe schon die Strecke der oben, der Süd ist schon wieder da muss ich sein, zu bleiben ich muss mich gern die Spiel ich bin gegen die Lassel ich bin gegen die Spiel das hast du, wenn ich spawke zu vieles gut geschlossen, volles ungeverwürdige Schiff Puh, Video. Ciao. Sorry, Reflex. Hat uns alle geholt. Ja, die ganze Zeit schon. Ab ihn. Was? Nein! 1, 2 wieder vor Kampffeding. Weil irgendeine Miesgeburt so ein beschissenes Gas ist. Ist ja wieder verpackt. Guckst du nicht an oder was? Nein, Junge! Assisten, Assisten. Lad doch nach! Jetzt brauchst du auch nicht mehr nachhangen. Nee, 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 nee. Wir haben einen rausgehauen. Er hat absolut einen Kiel gemacht. Bravo wird gesichert. Ach, die Nachtwahl. Wie geht es zu 2F-Ader? Das ist nicht so über der Internetseite. Das ist nicht so. Ich habe eine Drohne auf Station. Bereit. Was ist das jetzt? Ich habe nochmal ein Vitor. Komm, mach das nicht zu. Ich bin schon. Der Kampfhimmel geht auch noch raus. Jetzt kommen alle. Boah, Streaks draußen, die machen nix. 2 Streaks draußen, Heli durch die Jet und er macht nix. Das geht nicht so gut. Das geht nicht so gut. Das geht nicht so gut. und was ich ja und und ausfohlen ein dritter Victor Jettbeleitzens von mehreren verkauft nur auch ich habe einen hohen aufgerufen warum hast du keinen rauskauen ich habe schon drei Stück rauskommt das ist wir wollen einfach so ein lächerlich scheit sie spulen Das ist nötig, das ist nötig! Das ist nötig, das ist nötig! Okay, kurz vor nachher, toll! Nein, nein! Zwei, oh, der hat mich wieder verbunden, toll! Nein, ich habe mir gerade eine Hero-Spritze gegeben! Nein, was war das denn? Das hat 73 Kills! Oh Schatz, bitte! Ja, da muss noch ein Hero-Spritze kommen! Ja, man, ich habe noch einen Elevator! Das habe ich ja auch gebrochen! Das ist tausend, das ist ja... Ja! Plus vier, krasses Tweaks quasi oben da! Oh, die haben nix gemacht! Oh, die haben nix gemacht! Nein, Harry, an World War II, als der der ganze Map, der hätte den Asphalt weggesprengt! Ja, das ist krass traurig! Ja, das ist krass traurig! Oh, die haben wir noch mal! 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 Oh, die haben wir jetzt noch mal! Die Limmel! Hä, ich habe doch gerade... Ja, wir auch! Ich habe voll viel Tarno gekriegt für meine Waffe, sie sind alle weg! Okay, Bruder! Was ist jetzt hier los? Well, du hast auch gerade gesagt, ich bin schlecht! Ich habe dich aber nicht gehört auf den Untergrundplätzen! Wo warst du? Ne, ich habe doch auch 57 Kills gemacht! Ohne Abschlussräger! Ja, 73! Nach meiner Abschlussräger auch keine Kills gemacht! Kannst du jetzt nicht als Kills gezeichnen! Ja doch! Robert und verteidige die Stellung! Wenn sie verlegt wird, folge dir! Doch! Ach du Scheiß, hat der mich erschrocken! Komm, wir machen Kill-Duel, Maven! Mein Gott, ganz spontan! Ich bin auf deiner Seite! Nö! Können wir mal ein lange Kill-Duel machen, Alvin? Wir können schon gesichert! Wir sind in Führung! Das war unser Tag! Zur Nachbesprechung, Mel. Wir gehen! Jetzt ist er wieder angepasst.